hallo und herzlich willkommen zu einer neuen woche zu einer neuen folge von root world ägypten ich habe das gefühl es wird nicht mehr allzu lange dauern dann ist das spiel wahrscheinlich zu ende ich werde euch gleich erklären warum ich das so denke aber wir müssen jetzt erstmal ich gucke gerade auf eine nachricht von whatsapp ich habe mir einen leckeren kaffee zur seite gestellt und gedacht komm ich mach nach der mittagessen einfach mal weiter vielleicht das spiel jetzt gleich vorbei wie komme ich darauf und zwar braucht als syrien noch acht punkte acht punkte gucken wie könnten die das machen die könnten die mächtigen städte halt zwei von den mächtigen noch ausbauen dann wäre es das gewesen wir haben ja festgestellt wie riesig wie riesig hier als syrien ist ja nächste runde kann ich sagen spielen wir als syrien und dann werden wir alle anderen hier platt machen guck mal wie riesig die sind die haben überhaupt gar keine gegner gar keine gegner mich haben sie hier unten aber wenn sie natürlich ein teufel tun da jetzt gegen zu gehen wozu auch lassen mich sich einfach selber zerlegen dann also sie lassen sich die lassen naja ihr wisst schon was ich meine also die hat die wollen mit uns krieg wir werden natürlich bei seretor bleiben krieg ist krieg bitteschön leckerer kaffee so die unzufriedenheit innerhalb des christentums hat sich auf die straßen vor erler ausgebeutet ja komm machen wir mal so machen wir mal so einen soldaten hier verachtet den charakter von königin hanty die tüchtige von hat die zutiefst die spionage meisterin in der vier tadi hat euch im wissen und verdruss angeboten bei ihrer verunglümpfung behilflich zu sein und eine nation verleumten mission durchzuführen ja machen wir mal ist umsonst naja dann die musik mal wieder schön ich habe ein frosch im hals also läuft alles richtig gut hier gerade hier im süden über die kusch die bringen sich schon wieder in stellung oder ich spreche ab ich spreche ab das wäre es ja noch so am ende so richtig runterrauschen weil die hier einfach mal also ich glaube mehr kann ich kann auch nicht tun tatsächlich wir haben ja alle was eigentlich mit dieser einheit hier auch nicht mehr benutzt die lösen wir jetzt mal auf hier ich weiß nicht ob die irgendwas kostet ich hätte mich was gekostet kartago auch nicht schlecht aber hier ich sag mal hier ist ein bisschen begrenzter spielraum bis hin nach südspanien haben sie sich gekämpft mit griechenland hier griechenland kämpft sicher dir wirklich griechenland wir haben anfang eingestellt dass alles alt auch so sein soll wie das auch wirklich ist jetzt haben wir 19 hast du nicht gesehen wir haben alle irgendwie am arbeiten wir können die hüte steigen weitergehen 86 da bräuchten wir auf 400 von das sollte alles noch irgendwie hingehen okay die ist am liebsten sein und krieger verlassen ja ich glaube da können wir gerade nichts machen und beim direkt weiter kann ich nochmal kaffee trinken ist auch gar nicht so schlecht so ein leckeres heiße getränk ist schon was schönes ne wir stehen hier schon wieder alle in reinkliet freunde der nacht wir müssen ein bisschen oben auf die punktzahl von asyrien gucken die werden wahrscheinlich gleich so gebellen damit ziehen mit abiju ersternt nahe der stadt sperrkampfer zusammengetan kein problem hat die hat den krieg erkennung persien hat hat die den krieg erklärte hervorragend sehr gut prinzessin hat schepsut von jerusalem eure tante steht für straffe regierungsarbeiten sehr gut wir konnten sie beeinflussen hervorragend es ist jetzt nicht mehr ganz so piezig nur noch minus 145 ja schön ist trotzdem anders schön bisher trotzdem anders bis 7,8 das mal du hier den kornspeicher pro jahr wir haben mittlerweile im verbrauch von 22 bäumen des kursums 21 wir haben immerhin genug geld das ist schon mal hilfreich ist er denn hier er hat 19 tp wir haben 18 tp können ja noch mal ein bisschen 6,6 ich erst mit 6 also machen 10 prozent mehr schaden das ist ja gut reicht aber irgendwie alles noch nicht wir haben dummerweise auch keine krieger irgendwo mehr rumstehende er hier steht dann rum tja wollen wir bei java noch was bauen was können wir denn hier noch bauen die messe zum beispiel ist die messe gelesen so können wir das nicht ach so legendäre kultur brauchen wir dafür schießstand steinbruch körper fort nähen weiler kornspeicher steinbruch warm badehaus ein warm duschhaus eine feste alles doof irgendwie dann lassen wir da stehen können wir gerade auch nichts weitermachen ich glaube hat die wird uns nicht so schwerfallen wir haben jetzt gleich glaube ich noch ein paar krieger irgendwo die daraus kommen andererseits sind die besser als die kusch und wir könnten natürlich mal sagen kommen wir machen mal versuchen mit den gleichen frieden herzustellen nicht dann erst da kommen die hat dies schon ich brich ab was ist das eine bereme freundlich gesunde familie kunde aus kohrom könig apius der erleuchtet von roms gestorben schade auch griechenland ist auch einer gestorben schwindende angeschlagenheit alles irgendwie schwierig missionare aus karthago sind in die hauptstadt gereist um für die fortlaufende verbreitung des zogotrismus in jerusalem geld zu sammeln minus 770 so einer ist tot einer neu polixena ist jetzt dran 1500 könnten wir den mit falschen dingern machen das augen gerade ist ungünstig unser gemahl ist verbessert naturforscher schreiner wir müssen ganz kurz das mit der brille richten das ist gerade echt vielleicht einfach ein haar im auge oder so so jetzt geht es ordentlich weiter hier zum ministerium verbessern gerichtsgebäude das kann man zum ministerium verbessern ist er jetzt irgendwie dran ja hier ist einer ja okay das heißt der geht jetzt mal mit hier rüber so so müssen uns hier ein bisschen aufstellen für den fall dass der gleich der typ kommt den axt kämpfer können wir uns hier noch nicht leisten ne zu beschleunigen wir brauchen ja diese blöden stadt kapital sachen das ist wirklich kostet der eigentlich was der arbeiter gucken wir doch mal was ein arbeiter eigentlich geld kostet unterhalt verbraucht zwei nahrung naja gut ist jetzt nicht so viel warum jetzt kein tam tam glaube ich für zu machen sehr gut haben wir hier noch mal ein bisschen aufgeräumt kolenkrieger die stehen immer noch in guter position die naja da muss man mal gucken wie die sich so positionieren ich finde wir halten das hier so im blick wir haben hier noch ein axt kämpfer axt kämpfer kolenkrieger stimmt aber die frage was so kein krieger klar war irgendwie besser als das andere zeugs gut in haben wir gesagt lassen wir mal so hier hätten wir noch mal ein paar gerichtssachen und dann braucht gerade war doch tatsächlich hätten die er das gebraucht ist das erstmal so ich glaube das brauchen wir gar nicht ändern obwohl hier können wir jetzt tatsächlich nutzen noch mehr gold ich weiß gar nicht naja hier muss dahin ok zau hat auch ein problem mit den mit der stimmung ja kein stimmungs schankungs problem ich glaube das war es den haben wir gemacht den einen haben wir jetzt wo ist denn jetzt hier der bauer da ist ja ich glaube das war es schon es geht hier ok 200 runden haben wir als limit oben gesetzt jetzt ist scheinbar 120 sind jetzt gleich schon ganz schön gut nur 60 prozent oder habe ich das falsch gerechnet jetzt vielleicht gucken wir mal was die hier machen sind die hat die auch mit anderen im krieg mit persien mit ägypten da war ist aber mal gut herzog mikrinos ist jetzt alt genug um unterricht teilzunehmen ja gut es ist vollständig erholt wir waren erfolgreich verläumt wurde jedoch dabei erwischt alle nationen verleumdete öffentlich es wird sich ansehen eine legitimität kuschert keine staatsregion mehr so du kannst eh nix dann gehst du auch die weißheit finde ich immer gut die zeiten bleibt mal eben locker unruhige zeiten machen wir gleich wir wollen mal ganz kurz gucken ja wir sind halt wirklich mit allen irgendwie gerade ein bisschen das mit diesem verleumden war irgendwie keine nicht so die beste idee die wir so hatten na gut die zeiten ändern sich uns erreichen meldungen aus weiter ferne von königinnen und königinnen die dahin scheiden und einer neuen generation platz machen diese neue generation wird von drei persönlichkeiten angeführt königin kentha königin polyxena und königin lucilla es wird sich zeigen in welche richtung sie ihre nation führen werden es liegt an euch für den wohlstand eurer eigenen nation zu sorgen welche nachricht werdet ihr ihnen von dem thron von ägypten aus zukommen lassen alle städte 60 what bereitet ein geschenk an nahrungsvorräten für die bevölkerung vor ein zeichen der stabilität in stürmischen zeiten oder ich werde mich persönlich an diese neuen herrscher wenden um einen kontakt zwischen ihnen und unserem hof herzustellen ja ich würde fast denken das können wir nicht machen bei minus 210 das könnte einfach nicht das könnte einfach nicht machen wir müssen jetzt hier noch ein bisschen auf sieg spielen können hier den heiligen krieg machen alle städte bloß eine zufällige beförderung für neue einheiten städte mit der staatsregion kann einer mit geld beschleunigen das natürlich genau das was wir brauchen genau da haben wir nämlich einfach mal das vermöchten ist unseres opas großvaters genau gemacht das gut das bedeutet einmal dass wir hier noch mal punkte gemacht haben und wir müssen jetzt nur noch in fünf jahren hier die kohorte dingsen das kriegen wir auf jeden fall was wir haben dann noch mal ein aber das reicht leider nichts für den ambitions sieg ein zwei drei vier fünf sechs das wäre nummer sieben andererseits stellt sich natürlich jetzt die frage können wir jetzt vielleicht tatsächlich können wir jetzt vielleicht ach was war jetzt mein gedanke ich hier noch mal gucken 29 15 kriegen wir nicht mehr hin fünf jahre auf jeden zehn jahre und dafür noch mal 25 24 jahre schade ja ich weiß nicht was ich gerade sagen wollte naja ist halt so wie es mit dem kusch aus ägypten 132 immer noch sehr verärgert wir haben keine 200 territorium aufdecken bauen wir alles nicht wahren schicken brauchen wir auch nicht das ist ein bisschen blöd gewüsch entfernen kommen speicher baum hof und vorn straße hinzufügen ach stimmt die sind immer so unverbunden das habe ich mir auch ja genau da war doch was mit verbindung und so konnte man das jetzt noch mal sehen wo konnte man sich denn das noch mal anzeigen wir auch noch mal ordentlich aufbauen gut der hat noch nicht angegriffen die müssen wir platt machen und der hier den bauern natürlich mal gucken lassen wir mal hierhin laufen mal gucken wo der sich gleich hinsetzen kann die könnte tatsächlich auch nicht irgendwie verbessern oder aufbauen wird zu irgendwas nutzen weil es ist doch jetzt wir könnten das mit geld beschleunigen die heiliger krieg und staatsreligion okay das mit der staatsreligion haben wir noch nicht gemacht kann es sein dass wir das irgendwie verpasst haben so völlig völlig zuratrismus und christentum wir könnten zum zuratrismus über ginsen aber warum können wir denn das nicht zum zur staatsreligion machen ok religion schreiben wir auch noch auf die to do liste da habe ich irgendwie das gefühl da wissen wir uns so richtig wie wir damit umgehen sollen also beim krieg weiß ich nicht wie man städte einnimmt das erste punkt und beim bei der religion weiß ich nicht immer eine staatsreligion übernimmt aber zufriedenheit müssen wir jetzt überall haben oder 60 so taus rettreue ist schwer krank glücklicherweise habe sie schulde du bist nicht mehr krank und die haben sie den halte suratrismus angenommen die ausbreitung wurde von bereits mit etwa etablierten klerus ist nicht gut aufgenommen sie fühlen sich in ihrer lebensweise bedroht man immer von den straßen weil die gewalt immer mehr zunimmt und immer mehr menschen in die kämpfe hineingezogen werden bitte der älteste der stadt euch den dem chaos an ende zu setzen 60 unzufriedenheit im ineffa dann machen wir mal das hier und ändern die staatsreligion zum zuratrismus so es ist an der zeit den zuratrismus unserer staatsreligion zu erklären dies würde die zufriedenheit in den städten erhöhen geht nicht weil uns da die 400 attacken fehlen okay nicht jetzt ist aber auch echt schwierig so jetzt haben wir hier das problem oder auch nicht wussten wir unsere arche typen er macht einmal ein tp und der macht ihn jetzt wieder sehr gut damit müssen wir ihn hier reparieren schaden reparieren nach dem reiter erste weiter dann den schaden so in abidu port house ist bei der fertigschirm pferde hinzufügen benötigt reiter kann von jedem spiel nur einmal produziert werden zu verschieden nach vorne ist ja was wir machen mal in elefanten einfach um zu gucken was hier passiert auch da müssen wir irgendwie umgehen so den setzen wir mal wieder hier runter und heilen den örtliche straßenräuber der befehlshaber über einige keulen krieger unserer truppen hat unzählige berichte über räuber auf den landstraßen unserer nation erhalten findet und tötet die gesetzlosen nochmal was fehlt es aber einige keulen krieger unserer truppen hat unzählige berichte über räuber auf den landstraßen dann zu erhalten ja mach mal 8 so tut es nicht mehr generalin wir haben noch einen heilen im neutralen territorium das ist jod hier haben wir jetzt tatsächlich noch mal so ein kriege dazu bekommen den setzen wir gleich noch mal hier unten an die grenze ran und den können wir auch gleich zu können krieren verbessern sehr gut gut hier wäre jetzt im elefanten importieren mal gucken was das bedeuten wird da kommt noch ein kohlenkrieger die müssen jetzt irgendwie ein bisschen die haben gerade gekämpft das ist jod und noch drei sachen die wir jetzt bauen können so gut tja ich weiß halt auch nicht wirklich nicht mehr was ich noch machen soll und der da oben was kann er bauen was kann er bauen wenn er hier ist diesen leuchtturm hier gut na asyrien hat jetzt ein bisschen angehalten mit den punkten ich weiß nicht genau was sie vorhaben noch vier jahre dann haben wir die nächste ambition es wäre cool wenn wir mehr zur auswahl hätten hat die kräft an ich weiß nicht was sie da oben machen ach du heiliger assyrien hat noch einen punkt gewonnen warum sind die jetzt so rot uns reicht kunden aus assyrien der könig ist tot lange lebe der könig und unser vater ist sehr krank kann kaum noch laufen gesuch von nakia da könig dddd gestorben ist neue königin dddd die neue regentin verliert keine zeit sich bemerkbar zu machen und schickt eine starke bewaffnete kohorte mit diplomaten zum verhandeln zu euch die ruppigen assyrer geben folgende Forderungen an nakia an euch weiter von nakia entschuldigung assyrien ist mit euch nachsichtig umgegangen aber das hört jetzt auf ihr werdet tribut in form von gold oder eisen zahlen oder es gibt krieg 179 40 jahre lang wurde 16 eisen also 16 eisen ist viel dann lieber das geld wir werden uns nicht mit denen anlegen das ist echt gemein oder die machen einfach erpressung in einem brief beschreibt herzog mykerinos den unterricht an dem er teilnimmt stundenlanges lernen anregende debatten zwischen kommilitonen und lehrern und nächtliche studien des himmels der sieht aber schon ein bisschen na 12 könnte als auch schon naja am ende des briefes steht ein posteskriptum wenn etwas geld ihr übrigen könntet würde ich gerne einige werkzeuge für den weiteren verlauf meines studiums erstehen ha 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 2400 na gut wir haben es ja gerade wir haben eine überraschende nachricht erhalten die keulen krieger die wir zum schutz unserer landstraßen ausgesandt haben sind auf erbitterten widerstand gestoßen die räuber in dieser gegend scheinen deutlich aktiver zu sein als wir dachten hmmm ein zau bekommt eine rebelleneinheit keulen krieger erhalten so wo ist denn hier der keulen krieger der da ist das von ägypten der muss sich leider heilen aber der kann auch zuschlagen die bei 12 das werden die sich zweimal überlegen jetzt hier gegen diese harte 3er armee anzustinken und wir haben hier sogar noch was weiter die mich gar nicht gesehen gehabt alles klar meine freunde hier geht es jetzt ab schaden reparieren die musik ist dramatisch was soll ich sagen aber irgendwie cool oder ja wir haben noch einen bauarbeiter ja das ist halt der von dem ich nicht weiß was er tun soll dann geh halt hier oben bauen die irgendwann ist mir egal du musst heilen und ich kann befördern na kampf ich sollte mir die alle mal befördern wir haben nicht so viel zeugs das ist ja verrückt wir haben nicht mehr so viele ausbildungsraten punkte gut gut assyrien hat noch sieben punkte zu machen sieben ich weiß nicht wie die ihre siegpunkte machen wir können ja mal gucken durch grabes kirche naja im grunde genommen brauchen die nur 39 durch 13 mächtige städte das heißt 3 punkte gibt so eine mächtige stadt ja ja 3 punkte das heißt 2 von den aufblühenden städten noch so inspiriert durch den christlichen widerstand haben die reiwellen bababa ergriffen achskämpfer in der stadt gebildet what the heck elat wir müssen mal gucken und unser vater ist verstorben irgendjemand ist schwer krank ist nun kräuterkundig hervorragend das war jetzt hier da würde ich doch sagen heben wir mal schnell zum kolenkrieger aus zwölf runden mit 380 die wir nicht haben etwas schneller achskämpfer geht schneller neun runden hier kommt in einem jahr ein kolenkrieger raus dann haben wir das hier auch das ist gut hier kommt auch ein achskämpfer raus um den hier müssen wir uns jetzt kümmern dann machen wir hier gleich weiter und wir jetzt gleich diese bereme da fertig wofür brauchten wir denn nochmal die 400 wir wollten die staatsregion übernehmen ne wir haben jetzt tatsächlich 1 2 3 4 städte da hätten wir diese religion hier haben wir sogar das judentum dabei hier war das christentum dabei also da würde ich doch sagen wir konvertieren jetzt gleich zum zuratrismus aber ich nicht ganz genau weiß was sie so machen aber ich glaube das ist nicht die schlechteste sache würde das in der folge noch machen weiß ich jetzt ehrlich gesagt nicht machen wir noch schnell 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 kontaktiert fertig genau genau ja neun jahre ist auch eine nummer braucht es dann schon mal ein bisschen so hier befördern geht auch so ja damit die kusch hier unten mit ihren bauern tölpen 1 2 3 4 5 6 bauern tölpel aber wieder mal 3 4 schleuderer das ist so da muss man es gut anstellen ich weiß nicht wie ich das kann gut meine damen und herren das wollte es jetzt erstmal für heute gewesen sein vielen dank fürs zuschauen aber wir sehen uns ja in zwei tagen schon wieder mit den neuesten ereignissen ja bis dahin eine gute zeit euch Leute rauh ja bis dahin das ist hier die die